Musik Besuch aus Übersee im Gröschlerhaus, dem Zentrum für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region in Jefa. Der 59-jährige Eventmanager Scott Sternberg und seine Ehefrau Betty aus Toronto wanderten drei Tage auf den Spuren ihrer Vorfahren. Scott Sternbergs Großeltern, jüdische Viehhändler aus der Jeferschen Schlosser Straße und sein Vater mussten Ende der 1930er Jahren aus Jefa vor den Nazis fliehen. Sie erzählten fast nie über diese schreckliche Zeit, wohl um sich selbst zu schützen. Während der Großvater von Scott Sternberg im KZ Sachsenhausen gequält wurde, nahm das Mariengymnasium Jefa seinen Vater Gerd 1933 trotz bestandener Aufnahmeprüfung nicht auf, weil er Jude war. Gerd Sternberg besuchte dennoch 1984 das Mariengymnasium Jefa auf Einladung von Schülerinnen und Schülern der Schule. Von damals stammt der Kontakt der Sternbergs zu Hartmut Peters. Hartmut Peters und Volker Landig zeigten dem sehr interessierten Ehepaar das jüdische Jefa. Neustadt-Gödens, das friesische Brauhaus und das Schloss. Scott Sternberg bestellte im Restaurant Ente mit Rotkohl, das Lieblingsessen seines Vaters. Mrs. Betty Sternberg hat einen mennonitischen Hintergrund und sah in Neustadt-Gödens mit Interesse die dortige mennonitische Kirche. Das Gröschlerhaus in der Jeferschen Wasserfortstraße hat einen virtuellen Bruder erhalten. Unter dem Portal www.gröschlerhaus.eu entsteht eine Internetzeitschrift. Sie bietet Informationen über die jüdische Geschichte und die Zeitgeschichte der Region Friesland Wilhelmshaven. Die Startseite zeigt unter anderem aktuelle Veranstaltungen und neue Artikel an. Über eine Landkarte lassen sich Informationen zu Erinnerungsorten der NS-Zeit anklicken, wie hier zu den Gestapo-Morden im Jefa-Land. Auf anderen Seiten sind Artikel zu Jefa, Fahrel und Wilhelmshaven systematisch anklickbar. Namhafte Regionalhistoriker liefern die Beiträge. Auch Fotos, Ausstellungstafeln und Filme stehen zur Verfügung. Hier ein polnischer Militärfilm über die Einnahme von Wilhelmshaven am Kriegsende 1945. Die Festungs- und Hafenkommandanten und die Zivil- und Militärbehörden vor dem polnischen Oberst, dem neuen Stadtkommandanten. Auch passende Beiträge vom Wochenblatt TV sind archiviert. Informationsmodule für Schulklassen und Einzelpersonen sind buchbar. www.gröschlerhaus.eu Des Arbeitskreises Gröschlerhaus wird über Spenden finanziert und hat inzwischen im Schnitt täglich 30 virtuelle Besucher. Auf Wiedersehen!